6.8.2013 Die Favoritenstraße ist und bleibt im Hochsommer doch die prickelndste Fußgängerzone Wiens. Da ist so viel los, nicht zu vergleichen mit dem sauberen Toten Währing und seinen Dreiviertelhosen Femmpots. Hier watscheln schwarz verhüllte Geisterfrauen, neben Teenies, die so aussehen, als wären sie gerade am Weg zum Babystrich. Hier spannen sich Kick-Hello Kitty-Leiberl straff und kurz vorm Zerreißen ums Hinreißen der Kinderfett wohlgenährter Wonne-Proppen. Hier hört man Kinder lachen auch nach 22 Uhr. Hier ist der Mensch noch Mensch. Hier ist das Leben. Hier hört man vulgäre Wiener Flüche, laute Afrikanerstimmen, pakistanisches Gesinge und schrulliges Chinesenlachen. Hier schiebt man die nervtötenden Angehörigen sorgsam im Rollstuhl herum. Hier pulsieren die Autos vom Bass wie der leidenschaftliche Herzschlag der Gegenwart. Hier reiben sich die alten Männer fröhlich die Eier und schnalzen frech mit den belegten Zungen, während man seinen prächtigen Fickspeck an ihn vorbeischiebt. Hier bohren die österreichischen Großmütterchen, verschreckt die knorpeligen Kreisenfinger panisch ins Leder ihrer Handtaschen, bis ihre raue Haut platzt und blutet. Hier wohnt das Glück. Hier dampft die Wirklichkeit. Hier beckelt die Wahrheit. Jetzt bin ich erschöpft zusammengebrochen. Wirklichkeit. 全部 Untertitelung des ZDF, 2020